Sie sind ein ehrlicher CDUler, aber als Rechtsanwalt müssten Sie eigentlich wissen, dass in jedem Land der Erde es verboten ist, mit Messern und Waffen andere zu berauben, zu überfallen oder zu betrügen oder räuberisch zu erpressen. Weil wenn das Normalität wäre in solchen Ländern, dann würde das bedeuten, dass darüber entscheidet, wer was besitzt, wer das längste Messer hat oder wer am schnellsten schießt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das macht deutlich, Ideologie frisst bekanntlich Hirn. Aber wie ich schon sagte, bin ich sehr glücklich über diese Aussage, weil das macht eben deutlich, wofür die CDU wirklich steht. Die CDU ist ja Meister darin, vor den Wahlen was zu versprechen, was sie nach den Wahlen nicht einhalten.